Im Hause Lombardi-Röpa ist einiges los. Laura Maria und Pietro erwarten schon bald ihren ersten gemeinsamen Sohn und auch verlobt sind sie bereits. Doch jetzt gab der werdende Vater über die Bild bekannt, dass so schnell nicht geheiratet werden könne. Zuvor machten die beiden schon klar, dass sich erst nach der Geburt ihres Sohnes getraut wird. Doch jetzt könnte sich das Ganze noch weiter nach hinten verschieben. Aber vielleicht wird die auf das übernächste Jahr verschoben. Es gibt ihr keinen Druck, so Pietro Lombardi im Interview mit dem Blatt. Demnach soll es erst eine standesamtliche Trauung geben und dann eine große Party. Für ihn war jedoch etwas anderes wichtig. Ich wollte einfach nur klarstellen, dass Laura weiß, dass sie meine Frau ist und ich sie heiraten möchte. Ich wollte ihr damit auch ein gutes Gefühl geben. Pietro wollte Laura in der Schwangerschaft unterstützen und ihr Sicherheit geben. Ein Trauschein und eine große Party kommen danach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.